Ando. Erstmal die Berge im Blick. Die Perspektive knapp über dem Asphalt. Die immer engeren Kurven und radikalen Landschaften. 600 PS, welche sich auf der Repentine kraften. Solute Freiheit spürt. Ein zu werden mit dem Augen durch die Dolomiten gezeichnet zu sein. Ein echter Roadtrip, Roadtrip. Das war die Handsaugbrücke. Planartig aufs Gas. Planartig aufs Gas. Es ist dumm, dass wir stecken müssen. Durch die Dolomiten gezeichnet zu sein. Nein, oder? Hast du das gehört? Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Bahn, Bahn, Bahn.